Ich heiße Andreas, komme aus Dorn bin und bin 24 Jahre alt. Und für mich der richtige Zeitpunkt für eine berufsbildende Ausbildung zum Mechatroniker. Warum ich mich für eine Lehre nach der Matura in der Technik entschieden habe? Naja, weil ich damit vielseitig Ausbilder bin. Denn am Mechatroniker muss ich sowohl mit der Mechanik als auch mit der Elektrik auseinandersetzen. Mir ist schon einfach wichtig, dass mein Job abwechslungslich ist. Denn im Grunde könnte ich das Gelernte auf allen Maschinen umsetzen. Ich glaube, mit einem Job in der Technik bin ich in Vorarlberg immer gut berater. Weil es da viele Weltmarktführer und zukunftssichere Jobs gibt. Aber vor allem, Technik ist überall und immer gefragt.